Siehst du, wenn sie umschalten, aber da geht ja auch massig DPS verloren, oder? Wenn ich ständig rein, raus, rein, raus, rein, raus, ich sehe, dass da jetzt wieder Drohnen am Start sind, hier da. Bild gerade fast weggeschossen, ich hole die rein, ich hole die immer noch rein, ich drücke hier meine Tastenkombinationen, da ist der Panzer angegriffen auf 90% runter. Meinst du, die kommen rein? Panzer auf 20% runter, die sind immer noch nicht drin. Hülle auf 80% und ich drücke immer noch wie ein Irrer auf die Rückhol-Taste, Hülle 10%, ich drücke immer noch auf die Rückhol-Taste, meinst du, da kommt die Drohne rein? Jetzt ist sie drin, nee, jetzt ist sie abgeschossen und jetzt drücke ich immer noch und meinst du, die andere kommt zurück?